Hallo Leute und herzlichst Willkommen zu unserem gemeinsamen neuen Projekt und zwar FDB Unleashed, ein Minecraft Modpack, was man sich herunterladen kann, muss man nicht, kann man tun und irgendwie habe ich keinen Gamesound, doch, habe ich, habe ich, nur irgendwie hat mein Aufhörprogramm meine Musik beendet, jetzt habe ich wieder gestartet, so. Oh. Ja, wie gesagt, anliegt. Ich glaube übrigens falsch, das ist Eisen. Man sieht ja schon einen Unterschied bei meinen Items, die ich im Winter habe, zum Beispiel hier das Force mit, das ist wie eine Eisenspitzhacke im Prinzip und ein Copper. Das ist Copper, wenn man so auf Deutsch so sagen. Und nicht die Minimap natürlich. Und die Reis Minimap, die ist natürlich auch dabei, die ich gerade nicht mit der Maus drauf gehen kann. Die Maus sieht ja aber eh nicht, hier sind auch noch ein paar Sachen drinne. Ähm. Da ist mir ein paar Steine runter. Und Stefan kennt sich besser aus mit dem Modpack als ich. Ja, du kriegst ein paar Steine, wofür brauchst du immer Steine? Okay. Damit ich wieder hochkomme. Okay. Oh. Das sind wir. Danke. Ja, klasse. Ich wollte nur gucken, was du da gemacht hast. Eisen ausgebundelt. Oh, wir haben Eisen. Und jetzt ist bei mir das Interessanteste zu sehen, dass ich hier ein bisschen tiefer grabe. Es wird da. Oh, Enderman. Okay, da kann ich mir das gerade jetzt weiter sparen. Oh, Enderman. Weil wir jetzt rausgehen. Da haben wir noch keine Betten haben. Wow, Kuiper, Kuiper, Kuiper. Wir haben uns ja nur ein bisschen Equip zusammengeschnappt. Oh, Baby Enderman. Wo? Hier. Seit wann gibt es die eigentlich? Ähm. Ja, mein, schreckst du dich in meinem Inventar drinne? Ähm. Ja, der Enderman ist ziemlich dämlich. Kuiper. Oh. Rasten. Ja? Nimm dir. Meinst du ein Enderman? Bist du gestorben? Es sind zwei Endermänner gespawnt. Zwei Angry Endermans. Ich habe aber nichts gemacht. Wow. Okay. Ich war das wirklich in Zitat. Danke, Kuiper, der den Enderman für mich erledigt hat. Nein. Bist das Ding? Du weißt mich nicht. Äh, was man auch sieht, ich habe hier gerade eine schöne Nichts-Säule, die zeigt man tot an, wo ich gestorben bin. Ja, den Spitzack habe ich gefunden und mir hat mit dem Zombie einen Zombie-Kopf gegeben. Echt? Hm. Nee, Plastik. Hab ich den jetzt auf? Ich. Ähm. Naja, man sieht ein bisschen davon durch meinen Helm, sieht man den nicht. Ich rieb mein Stuff wieder. Ich habe nur die Spitzacke, die Holzspitzacke gefunden. Dann hatte mein Stoff explodieren müssen. Spitzacke. Leder. Die Spitzacke ist aber fast kaputt. Spitzacke. Spitzacke. Ist ja nicht schlimm, das war ja nicht viel. Das ist ja eine... Oh, jetzt Kohle. Ja, Kohle. Ja, Kohle. Ja, um die Kappe zu machen, komm. Und ja, ich baue immer Erde mit einer Spitzacke ab. Komma? Okay. Warum gibst du ein Komma ein? Ich wollte eigentlich, ähm, die Tasse drücken, damit ich meinen Waypoint gerade ausmachen kann, mein nächstes Death. Ich bin ja da angekommen und ich weiß nicht, wo wir gestorben sind. Und wundelst du dich da auf einmal... Weil hier Kohle ist. Und Eisen. Da ist auch eine meine Force-Mans dann mit in die Luft gesprengt. Naja, das ist nur eine in der Truhe. Naja. Haben wir also Glück gehabt, dass ich einen weggelegt habe. Ich nehme die aber nicht mit. Ich mache mir nicht deine Spitzacke und Nummer 9 Schwert. Steine sind ja so selten in Minecraft. Genau so macht man... Ach stimmt, hier gibt's auch wieder diese Eisen... Einer der Enderman hat übrigens... war so nett und hat eine Ender-Perle gedroppt. Achso, übrigens wir spielen noch in Text-to-Default. Ich werde vielleicht später das Soho-Text reintun. Das hier übrigens ist Rubber, also Radier-Gummi. Nein. Oder anders. Rubber ist Gummi. Ganz normales Gummi. Ich hab Schade auf Minium. Äh Minium. Was ist das denn? Ähm, man kann daraus später einen Minium Stone machen und zum Beispiel aus einem Minium Stone kann man aus Stein, glaub ich, Eisen machen oder Kohle. Okay. Ich weiß nicht mehr, musst du nachwarten. Ähm, das kannst du drauf weglegen, nichts mehr. Inventar öffnen und da kannst du hier eingeben. Minium Stone. Warum nämlich das Coppererz ist draußen, um die Kohle reinzulegen? Was man hier sieht, ist übrigens Not Enough Items. Hier kann ich auch die Rezepte gucken. Äh, auch für den Minium Stone gibt es 106 Rezepte. Was ich übrigens da über den Items sieht, wenn ich Shift drücke, das sind die sogenannten Magiekräfte. War das richtig? Ja. Äh, das ist von einem anderen Mod, den ich nicht erklären kann. Das kann ich davon besser. Äh, äh, nur weil ich schon gemacht habe. Warum tut sie das Copperboard und nicht das Eisen? Weil ich erst ein Copperboard, weil das weniger ist. Ja, Copper brauchen die aber nur um Kabel zu machen. Waaah. Warte, ich kann's töten. Nein! Ich krieg dich. Komm, das braucht nur ein Kohlestück. So wie's aussieht. Ah, Wispa ist das Ding und dann scheint's ans Leben. Wir sind grad bei Minute 6 sehen wir jetzt so wie Kupfer hergestellt wird. Äh, hier fliegen zwei rum. Zwei Wisps, oder? Enten ist ein Magiebaum. So, jetzt lass ich das Eisen braten. Ich geh mal kurz auf den Bergraum drauf. Hier muss ja irgendwo ein Magiekreis sein. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist mir grad mal ne Stelle, wo ich nicht Erde aufhebe, sondern... Ähm, was wollte ich machen? Ja, haben gefunden, Thorsten. Ja, schön, dass du nen Magie-Kreis gefunden hast. Ich weiß nicht, wie sowas aussieht. Ich weiß auch nicht, wo du lang gelaufen bist. Woop! Pfff! Hilfe! Aggressive Fuß! Schöne Kiste! Ich mein, du kannst mir ja die Minimap-Daten geben. Komm hoch! Du siehst mein Face! Hm. Was, wenn du unter der Erde bist. Aua! Ich musste mit dir hin. Einer muss mich schützen. Soll ich nicht aufkommen. Wir wissen, Sigil. Kann ich irgendwie die Map größer machen? Äh, du kannst mir eine große Map machen. Glaub ich. Mit welcher Taste ist jetzt die Frage? Ähm... Oh! Ich hab mich heute verblitz getroffen! Aua! Das sind... Das sind die... Ge weg! Das sind die Wespen-Dinger. Die machen Schaden. Äh... Ähm... Ge weg! Okay, es hat sich verzogen. Meins nicht. Die bischen nehm ich mit. Ich hab so ein starkes Ding sogar noch angetroffen. Ähm, du kannst M drücken. Ähm, Plus drücken. Und dann gehst du auf Controls. Controls. Ich bin auf das falsche gegangen. Plus und dann auf Controls. Und dann kannst du eine große Karte öffnen. Backslash... Linker... Aber darauf sehen wir uns nicht. Tugel-Fall-Screen-Map. Was sind wir Menschen auf der anderen Seite des Berges? Ah, ich sehe dann Face wieder. Ja, toll, auf P geht's, ne? Ich bin nur auf X gelegt. Ich kann nur auf P... Auf X ging nicht. Ja, doch, das geht. Ja, darauf sehen wir uns echt nicht. Ich seh dich ja gerade. Ich seh auch dein Face nicht, nur mal so zur Info. Dann müssen wir das anschalten. Wie das? Ob, ähm, Radar, und dann kannst du das anschalten. Wir schauen Players, ne? Ja. Hab ich an. Dann musstest du mal Kopfhörig gesehen. Hast du mich gar geschlagen? Nein. Okay, das ist dieses Blitzdings wieder. Welcher Farbe? Keine Ahnung. Wenn es weiß ich sogar... Ich habe mich beschlüssen beschäftigt, tut mir leid. So, es war, glaube ich, so komisch rot war das. Ja, das ist ein starkes. Das habe ich gerade ebenfalls besiegt. Es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Ich verziehe mich jetzt erstmal da. Ja, ja, ich weiß ja, wo dann läuft. Es ist schon unten drin. Es ist schon unten drin. Ich muss mich aber gleich schon mal ein Gehkreis... Monazid. Bye. Ich weiß nicht, wo es zum Monazid gut ist. Ähm, ich brauche jetzt erstmal was für Futter. Muss ich ein bisschen Essen kriegen. Äh, Ofen. Ich habe Schweinefleisch irgendwo in den... Ne, ich habe auch nur Pflänzchen. Pflänzchen. Diese Büsche da. Diese blaue Büsche. Blau. Ja. Ich habe Malbory-Busch gefunden. Fehl. Ich habe irgendwas aus der Kiste rausgenommen. Ich weiß nur nicht, was es bringt. Die wachsen übrigens auch in Höhlen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass die nicht wachsen. Ich brauche noch Gold. Habe schon meinen Zauberstab sicher. Ja, schön, dass du weißt, wie ein Zauberstab geht. Ich weiß das nicht. Das erkläre ich dir. Ja. Ich habe auch ein Schwert gefunden. Echt? Steinschwert. Wow, das ist meins. Das war wohl deins. Leicht beschädigt. Ja. Aber wenn jetzt dieses Ding da weg ist, kann ich nachher... Was soll ich jetzt tun? Wir helfen. Guck mal, das habe ich gefunden. Das habe ich gefunden. Das habe ich gefunden. Das habe ich gefunden. Das. Das. Das nicht. Die Steinschützer. Oh, er, das hast du gefunden. Wow. Achso, und das. Komm mit. Jetzt sehe ich übrigens erst dein Face, komikerweise. Ja, das ist halt weit weg. Das Ding ist sehr aggressiv. Dieses Zap-Ding. Hab's getreffen. Das ist ein sehr aggressives. Das ist ein sehr aggressives. Herpiss dich, du scheiß Ding. Dich mag keiner. Oh, ich glaube, ich hab's aggro gemacht. Ne, ich hab's aggro gemacht. Ne, ich hab's aggro gemacht. Aua. Aua. Du bist sehr ungünstig hier, du Mistvieh. Und sehr nervig. Das hat aber nur noch 10% Leben. Ja, weil ich einfach gestorben habe. Warte. Nicht hin. Das fiegt vor uns weg. Wow, sollte man mal. Das Essen. Ja. Ach, hier. Das Ding, ne. Es wird wieder dunkel. Ich komme. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Hast du wenigstens nochmal getroffen? Nö, sonst wärst du tot gewesen. Erstmal wir generieren hier. Wow. Alles hat gereicht. Hier bitte. Hm? Das ist leicht drin im Ofen. Hab ich auch in die Tour getan. Erstmal sortieren hier. Ja. Danke wegen dir hab ich schon falsch rausgeholt. Ha, ha, ha. So, n? Ja? Hallo, oh Gott. Ich hab ein kleines Präsenz für dich. Hier. Fackeln, juhu. Ein Stack, fucking, juhu. Ich hab fucking, wow. Ich hab' nur noch ein Stack. Ich hab' nur noch ein bisschen viel Kohle gefunden. Nee, es waren nur noch 6, aber wir haben Fackeln. Und können weitergaben. Beziehungsweise du kannst weitergaben. Ja, wir sind weiter. Da bist du. Weil der Gang so eng ist. Eisen finden, zum Beispiel. Hm. Ich wollte den Gang grad mal weiter, dann kann ich auch graben. Was übrigens da im Hintergrund hört, ist der Beinig auf Eisen Musik. Haben wir so am Rande bemerkt. Ein Eisen. Gut, dann bauen wir da weiter ab. Ist grad tiefer. Ja. Wir werden viele, sehr viele Rohstoffe übrigens antreffen in diesem Mod Pack, weil... Es viele gibt's. Ja. Es gibt andere Erze. Ich hatte eben Monatid-Erze zum Beispiel. Jaaaa. Ich hab' keine Schaufel. Ich hab' eine Schaufel. Erde? Erde. Ja, Erde. Oh. Ich hab' eine Schaufel. Jaaaa. Ich hab' eine Schaufel. Ich hab' eine Schaufel. Eine Schaufel. Eine Schaufel. Wo bist... Ähm... Bist du hin? Nach oben. Ich hab' nicht vorbeigelaufen? Jaaaa. Nicht ganz. Ich hab' mich einfach hochgeportet, weißt' ne. Voller Hacker. Sieh doch mal. Aber wir müssen den Pub beenden. Ja. 15 Minuten. Reicht. Bis gleich. Und... Bis zum nächsten Mal, Leute. Und... Daumen hoch. Abo wär netter. Bis dahin, der Protein-Joker. Und Gmärz-Kandals. Tschüss.